Hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour. Ich bin Chris und heute machen wir einen Swimming Pool. Dafür brauchen wir 2cl Rum, 2cl Wodka, 2cl Kokosnussmilch, 1cl Kokosnuss Sirup, 2cl Sahne, 12cl Ananassau und 2cl Blutkupersau. Nun geben wir alle Zutaten bis auf den Blutkupersau in das Glas. Wir füllen Eishürfel mit dem Shaker und shaken 10 Sekunden kräftig durch. Nun machen wir Eis in das Cocktailglas und geben den Cocktail durch das Barsieb in das Glas. Zu guter Letzt wird jetzt der Blue Curaçao langsam auf den Cocktail gegeben. So entsteht eine schöne Marmorierung. Zum Garnieren verwende ich ein Viertel einer Ananasscheibe, eine Cocktailkirsche und ein Cocktailschirmchen. Diese Variante des Swimming Pool ist mit seinem 9% Alkoholgehalt schon etwas kräftiger als die vergangenen Cocktails. Vom Geschmack her ist der cremig süß. Er enthält ungefähr so viel Alkohol wie eine Flasche Bier. Demnächst drehe ich eine Reihe mit grundlegenden Techniken zum Cocktailmachen. Was interessiert euch besonders? Schreibt es mir in die Kommentare. Über ein Abo oder einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.